Ja, herzlich willkommen bei Robomare.de. Es gibt ein neues Zubehörteil für den Automower 330X, das LED-Scheinwerfer-Kit. Wie Sie sehen, ist ja nicht alle Sache. Die Scheinwerfer werden in die bereits vorgefertigten Halterungen im Gehäuse montiert. Die Stromversorgung wird über eine Steckverbindung zur Platine gewährleistet. Alles ziemlich einfach zu montieren. Sieht, wie gesagt, sehr gaggig aus. Ja, wenn Sie über alle weiteren News informiert bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter. Ja, das war's schon wieder. Ihr Michael Häusler.